Einfach was in der Fitnesskategorie. Man sieht es zwar nicht, aber es hat auch toll ausgesehen heute am Nachmittag. Sie hätte keinen Vergleich scheuen müssen. Erster Platz in der Kategorie Woman Fitness, Dame Fitness, die Stadt Nummer 107 von Ungarn Frau Bianca Rigo. Und jetzt hatten wir fünf Teilnehmerinnen. Es war teilweise sehr schwer, diese fünf zu werfen. Aber selektieren mussten wir natürlich trotzdem auf Platz 5. Die Stadt Nummer 108 von Timea Gutreiova. Auf dem vierten Platz mit der Stadt Nummer 111 aus Norwegen Frau Bianca Petterosch. Auf Platz 3. Die Stadt Nummer 100 und 10 von Lara Gierlikhova. Auf Platz 2. Die Stadt Nummer 106 von Handreifer, Bokala Sorkoval. Und auf dem ersten Platz, also von Slovakia, Number 101 von Ivana Polarova. Und auf dem zweiten Platz, also von Slovakia, Praise God Alexander. Und auf dem zweiten Platz. Und auf dem zweiten Platz. Und auf dem zweiten Platz. Und auf dem zweiten Platz, loszutwut, danke. Okay. And聴ing es auf jeden Fall. Wow! Also große mich. Das ist ein, das ist. Die Stadt Nummer 4. Und auf dem zweiten Platz. Und dann geht's. Das ist in der erste Platz. Was ist das ganz klar?